Moin meine Legends und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Kometzeus. Ich melde mich aus dem Urlaub zurück für euch mit einer geilen Runde, epische Runde, Fortnite Battle Royale endlich mal wieder. Halloween ist zwar vorbei, doch die Fortnite Götter, die Horror Götter, Shabani und ich waren für euch unterwegs auf dem Battle Royale Feld. Wir haben unser Unwesen getrieben und für euch den Victory Royale geholt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Oh, 36er Hit. Was denn der Sniper aufwarten? Vorsicht, noch einen höher. Der Pusht direkt wieder. So, wie gut er herkommt. Easy Push. Du klaut ja einfach so ein Stück. Piss dich, du hast eben Suss von meinen Kills geklaut. Rage! Da vorne auf Südwesten, wollen sich welche hoch? Ja, rechts ist, ja. Die sind gerade mit, äh, der Achtung, ja. Mein Gott! Gesehen. Sprachen, die haben wir gerade. Wo ist denn mal die Zone? So ein Lootrop hier. Bei den Schattensteinen. Achtung, der kommt. Da haben wir aufpassen. Der ist rechts von uns. ich sehe nicht und auf den Laufkehle? Ich glaube der ist alleine hier im Kappenstein ja der ist hier oh der hat eine goldene Skale wir gönnen dir die goldene Skale nein ne? alles gut ne ich brauch den nicht ja Achtung kommt einer angeflogen Hit Hit weißes Leben er hat noch weißes Leben Django ah scheiße anders genopft ja 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 Dango du kleine Drecksau Bruder ich hab da Digga das war nötig man oh ja wir sind wieder back in the game hast du genug Heilung? ich hab zwei Biggies ich brauch nen Biggie ich hab Minis leg ich hier hinten ich hab Minis ich bin voll ok willst du denn die Rocket Launcher haben? kann nicht ich hab Platz ok dann nehm ich die Granaten derwe ja ich hab zwei Rockets hab ich dir ja auch noch im Licht ja beeil dich die Zone kommt die liegen komm 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 jump pad vorhin Bruder erstmal rein da oder oben auf den Berg gehen oben auf den Berg ja 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 hier ist noch ein jump pad hier wohin oh da sind da kommt einer ok jetzt geht durch er ist alleine sicher sicher? ja ich komme dachte ich hätte hinter uns mal irgendwo hingehört ja ich werd beschossen wo ist n der andere man? der ist jetzt oben hier ne der andere noch woanders beschossen da ist ja jeder kann man nach Blumen ejercitte ja ich habe das gelesen ja die Oh, machst du auch da irgendwas mit drin? Ich bin unten dran. Er ist hochgegangen, ey. Ich hänge hier! Er ist fast tot. Nee, er ist nicht... 35er Hit. Der hast du noch rockets habt ihr komplett gedroppt hier sind noch granaten ja die zonen ist schnell kannst du die granaten mitnehmen erst mal safe irgendwohin pflanzen alter um auf dem berg ich habe kaum material ich habe noch gern genug kommen hier in die zone aber aber pass auf manche nicht so aufmerksam kommen weil die sind da direkt hier baut deine spitzsacke wieviel materialen hast du das geht noch siehst du da hinten das gebaute da sind welche und ich glaube hier oben auf dem berg jetzt sind die unten glaube ich mir einer ist noch da oben pass auf der hat eine heavy sniper aus südosten unten da ja und ja 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 die müssen zu uns kommen müssen hier weiter ja das gibt es doch wohl nicht mal eben weggegeben was auch zwei gegen zwei ja die sind oder die sind im sturm einer ist tot einer ist irgendwo auf nordwesten da ist ich war im urlaub Jetzt sind wir wieder back! Eure Fortnite-Gönter-Sharbanium-Komets heißt! Yes, man! Also nicht vergessen, kommentieren und Likes da lassen und vielleicht abonniere meinen Kanal für die geilen Gewinnspiele, ihr wisst Bescheid. Wiederschauen, reingehauen. Ist so, tschau, netv! Wiederschauen, Reidesa! Murinda Brände und Brände und Brände sehr clearly überwklichen Untertitelung des ZDF, 2020